Cyberport präsentiert die Fairphone Fairbats XL. Der niederländische Hersteller Fairphone möchte neue Maßstäbe in der nachhaltigen Produktion von Unterhaltungstechnik setzen. Neben den bisher bekannten Smartphones gesellen sich jetzt auch Over-Ear-Kopfhörer ins Sortiment. Farblich könnt ihr zwischen Grün und Schwarz wählen. Das Gesamtgewicht beträgt 330 Gramm und die Kopfhörer sind vor Spritzwasser geschützt. Die eigentliche Besonderheit liegt aber im modularen Design. Alle Einzelteile können ausgetauscht und selbst repariert werden. Nachhaltigkeit wird durch den Einsatz von wiederaufbereitetem Material wie recyceltem Aluminium, Zinnlötpaste und Kunststoff erzielt. Die Fairphone Fairbats XL sind mit 40 mm Treibern ausgestattet und erzeugen ein gutes Klangbild. Die hybride Active Noise Cancelling Technologie misst mit Hilfe von Mikrofonen außen und im Ohr die Geräuschkulisse und unterdrückt diese optimal. Ein Transparenzmodus steht ebenfalls zur Verfügung. Der Frequenzbereich der Kopfhörer liegt zwischen 20 Hz und 20 kHz. Individuelle Einstellungen könnt ihr in der Fairbats XL App vornehmen. Als Verbindung nutzen die Fairbats XL eine Bluetooth 5.1 Verbindung. Diese reicht bis zu 10 Meter, wobei sich die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden lassen. Eine kabelgebundene Verbindung von USB-C auf 3,5 mm Klinke könnt ihr ebenfalls nutzen. Telefonate werden mit sechs Mikrofonen gut wiedergegeben und ihr könnt auf alle gängigen Sprachassistenten zurückgreifen. Als Bedienelemente findet ihr am Kopfhörer einen Joystick zur Steuerung und eine Taste für ANC. Mit eingeschaltetem ANC kommen die Kopfhörer auf eine Akkulaufzeit von bis zu 26 Stunden. Für eine vollständige Aufladung brauchen die Fairbats XL drei Stunden. Praktisch ist der austauschbare Akku, den ihr selbst auswechseln könnt. Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt. Mit den Fairphone Fairbats XL Kopfhörern.